wie schon angekündigt das versprochene video zu der ubuntu installation auf den eser spire e1 das werde ich jetzt hier auf meinem dr ubuntu 1 kanal veröffentlichen hier bei mac apple hd bei diesem video kanal mal einfach youtube kann einfach mal vorbeigehen und sich die videos anschauen ihr kennt ja mein video zu youtuber werben youtuber und ich ziehe das jetzt echt magnetenlos durch mal schauen ob es noch mehrere gibt die da mitmachen ich hoffe ihr unterstützt mich auch wäre echt toll so jetzt weiter mit diesem video ich installiere auch den eser spire e1 das gerade mal 303 euro gekostet hat von der firma www.warn.de übers internet bestellt es war knapp in fünf werktagen auch bei uns an der türe und ja die installation ist von ubuntu 12.10 wirklich nicht schwer nur muss man beachten dass jetzt die iso datei nicht mehr auf eine normale cd passt sondern nur noch auf dem dvd rolling da die iso datei schon über 800 megabyte groß ist hier nach dem booten von der ubuntu cd wird man noch mal darauf hingewiesen ob man es ausprobieren möchte eine live version von ubuntu oder eben direkt installieren möchte und kann auch dann gleich seinen wlan einrichten ja wlan wird automatisch von ubuntu erkannt auch bei diesem iso espire wurde es ohne anstand erkannt ja und wenn ihr dies getan habt dann fragt natürlich ubuntu installation noch mal nach ob es neben der vorhandenen linux version installieren möchte oder eben ersetzen möchte ich habe jetzt ersetzen gewählt hier nach ungefähr eine halbe stunde war die installation durch ich starte hier noch mal ganz kurz den rechner neu und das schöne und das wunderbare an ubuntu linux ist meistens also zu 90 prozent der hardware wo ich ubuntu linux drauf habe ist eine treiber nachinstallation nicht mehr notwendig außer man hat noch eine 3d grafikkarte meistens da wird noch mal nachgefragt so und hier noch mal ein neustart von linux und ihr werdet sehen dass wir gleich auf unserem ubuntu desktop landen hier habe ich einfach mal provisorisch ein passwort hinterlegt und ich bestätige es und nach ein paar sekunden seht ihr dass ubuntu installiert wird in meinen folgenden videos werde ich jetzt eben noch kompis drauf installieren dass ein paar schöne effekte gibt und wir werden sehen was dieser rechner noch kann und und Untertitelung des ZDF, 2020